Dem Hanf sagt man heilende Eigenschaften nach. Nicht nur das THC, das eine schmerzlindernde, beruhigende Wirkung hat, auch andere Bestandteile des Hanfs wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Auch in der Hautpflege verwendet man Hanf. Da benutzt man das Hanföhl. In der Birhane M. Hanfkosmetik von Schutzengelein ist Hanföhl drin, aber kein THC. Das ist in Deutschland leider immer noch verboten. Und wir hoffen alle darauf, dass es auch hier bald legalisiert wird. Damit jeder in den Genuss der wohltuenden, heilenden Wirkung des vollwertigen Hanfs kommen kann. Medizinisches Marihuana ist auch hier mittlerweile erhältlich. Wenn man starke Schmerzen hat, die mit herkömmlichen Mitteln nicht zu beheben sind, kann das medizinische Marihuana sehr gut die Schmerzen lindern, den Appetit anregen und das Leiden erträglicher machen. Auf Verordnung des Hausarztes kann man medizinisches Marihuana in Apotheken bekommen. Die Birhane M. Hanfkosmetik ist bei www.schutzenglein.de erhältlich. Die Birhane M. Hanfkosmetik ist bei www.schutzenglein.de erhältlich. Die Birhane M. Hanfkosmetik ist bei www.schutzenglein.de erhältlich. Die Birhane M. Hanfkosmetik ist bei www.schutzenglein.de www.schutzenglein.de